Willkommen in diesem schicken Ford Fiesta Trend vom neuen Modell als dreitüriges Coupé. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Der Motor dieses Fiesta ist Schadstoff am Euro 5, somit bekommt er die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und elektrisch anklappbar. Die dreitürige Karosserie des Coupés wirkt sehr sportlich. Zum besseren Einparken bietet diese Fiesta einen Parkpilot hinten. Zu den 15 Zoll Sommerrädern mit schicken Radabdeckungen gibt es noch ein platzsparendes Reifenreparatur-Set. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze sind komfortabel, der Fahrersitz höhenverstellbar. Hinten finden bequem drei Personen Platz. Fußmatten gibt es bei uns übrigens dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen sieben Airbag ABS ESP, Nebellampen vorne und der Parkpilot hinten. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Und zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Fiesta-Coupé, das dennoch praktisch und sparsam ist, werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.